So, da haben wir alles. Perfekt. Und damit einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ihr seht. Wir stehen hier bei Ikea. Auflieger ist beladen. Und jetzt machen wir uns auf den Weg. Und zwar nach England. Und der ein oder andere wird sich sicherlich wundern, warum ich jetzt bei dem Wort England nicht irgendwie komische Laute von mir gebe. Hat damit zu tun, dass ich diese Tour heute wirklich sehr, sehr gerne fahre. Den links-rechtsabbiegen. Und zwar aus dem Grund, weil ich hatte gestern mit Marian noch telefoniert. Es war für mich ein sehr unangenehmes Gespräch, weil ich musste ihm da was beichten. Aber wieder erwarten hat sich das alles doch nicht so schlimm herausgestellt, wie ich dachte. Und jetzt ist es so, dass ich einmal hochfahre nach Dover. Dort die Altverpackung von Ikea abliefer. Und wenn das erledigt ist, dann geht es, wie ich das so rausgelesen habe, mit Getränken nach Dresden. Also es wird nur ein kurzer Aufenthalt in England werden. Oh, ein schönes Silo. Oh, dazu kann ich euch gleich mehr erzählen, wenn wir auf der Autobahn sind. Der ein oder andere wird es ja vielleicht mitbekommen habe, wie ich mit Marian telefoniert habe. In seinem Video. Durch die Medaille auch so ein bisschen was anhören. Aber ja, Marian kennt mich halt auch schon sehr gut. So, da wollen wir jetzt mal ein bisschen rollen lassen. Der ein oder andere wird es vielleicht ja bei Marian mitbekommen haben. Er hat sich jetzt hier einen neuen Untersatz gekauft. Ich war ja erst hier von dem Renault wirklich hellauf begeistert, weil ich kenne ihn, bin ihn ja auch schon gefahren. Und dann kam halt das neue Modell raus, welches sich Marian jetzt gekauft hat. Und dann habe ich mich damit mal so ein bisschen beschäftigt. Und ihr wisst ja, ich bin ja auch schon den 106er gefahren bei der East North. Und das Ding hat mir ja auch schon wirklich sehr gut gefallen, auch wenn ich in den Island ein bisschen kaputt gefahren habe. Und dann habe ich halt meinen Wunsch so ein bisschen bereut, sage ich mal. Nichts gegen diesen Lkw, aber nachdem ich so mitbekommen habe, was der Neue so alles hat, kam mich dann doch schon ins Grübeln und dann halt schweren Herzens bei Marian angerufen. Und nach einigen Hin und Her sind wir jetzt halt so verblieben, dass ich, wenn ich aus England zurückkomme, dieses Fahrzeug hier bei der East North in Dresden abstellen werde. Ausräumen werde, mich halt in einen Leihwagen schmeiße und nach Leipzig düse. Ich musste mich dafür auch nicht unbedingt verkaufen, aber ich muss jetzt erstmal ganz, ganz kleine Brötchen machen. Also ich sollte mir jetzt die nächste Zeit keine Schnitze erlauben. Und natürlich auch noch ein riesen, riesen Dankeschön an Marian, dass er mal so diese doch etwas größeren Kapriolen von mir mitgemacht hat, wobei er das ganze ja schon irgendwo gerochen hatte. Und darum ist dieses hier eigentlich auch gar kein Lkw von der East North, äh von der MBT, sondern der gehört der East North. Und geht quasi wieder in den Verkauf. Und das Ding sollte sich eigentlich auch wirklich gut verkaufen lassen, weil der hat noch nichts gelaufen. Auch wenn ich Raucher bin, ich rauche in diesem Ding nicht. Das wird immer schön draußen erledigt. Aber irgendwie scheine ich das Navi-Load dargestellt zu haben. Das kommt mir zumindest so vor. Und darum, als Marianne zu mir sagte, dann fährst du jetzt nochmal die England-Tour, beziehungsweise du fährst jetzt die England-Tour. Habe ich auch nicht gemauelt oder gemeckert oder sonst irgendwas. Weil ich weiß ja wofür ich es mache. Und er wusste ja ganz genau, dass ich jetzt da dann doch bei ihm ankomme. Ich meine, man muss ja dazu sagen, der Neue der ist dann ja auch wirklich um einiges komfortabler. Ich werde jetzt hier gleich weiter, aber erstmal hier kurz ein bisschen aufpassen. Dass wir hier nichts wegmähen. Ja, mein Tagesziel für heute habe ich auch schon. Bis zur Insel kommen wir definitiv nicht. Das kriegen wir heute nicht hin. Dafür werden wir morgen auf die Insel raufkommen. Dort abladen. Und wieder neu laden. Und uns auch wieder auf den Rückweg machen. Und wie ihr euch ja sicherlich denken könnt, werden wir das dann auch nicht zurückschaffen. Aber wenn ich dann in Dresden angekommen bin, dann kann ich mich gleich in den Leihwagen schwingen. Und da werde ich euch dann natürlich auch noch mitnehmen. Damit ihr euch das dann auch noch mit angucken könnt. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Das war dann ja ein relativ kurzes Giftspiel von diesem Lkw hier. Aber dann war es das auch erst mal, weil man wechselt ja seine LKWs nicht wie unterhosen. Auch wenn ich es aktuell irgendwie mache, aber Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Naja, jetzt habe ich ihn wieder. Ich wechsle zwar jetzt nochmal wieder den LKW, aber dann wird es halt auch dabei bleiben. Mit dem werde ich dann wirklich auch gute Touren fahren und ihr werdet auch bei jeder Tour dabei sein. Und da wird jetzt nicht irgendwie zwischendrin auf einmal noch wieder ein neuer Vorführer sein oder sonst irgendwas. Sondern schön, dass ihr jede Tour miterlebt, was ich so erlebe. Ich hoffe ihr freut euch auch, weil das wird wieder eine interessante Geschichte werden. Bisher kommen wir ja wirklich gut durch. Habe ich schon lange nicht mehr gesagt, oder? Aber ich sollte es vielleicht noch nicht zu laut sagen, weil es kann immer noch irgendwie ein Stau kommen oder irgendwas. Wie ein Stau kommen oder irgendwas. Wie ein Stau kommen oder irgendwas. Ich will ja schon mal keine Sprache bauen. Und dann haben wir ja schon ein gutes Stück Geschäfte. Und dann werden wir noch ein paar Jahre weiter sehen. Jetzt sind wir noch ein paar Jahre hinweisen. Es wird noch ein paar Jahre hinweisen. Jetzt ist der Stau. Wir haben ja schon neber, das war ja schon ein gutes Stück Geschäfte. Ich denke mal, wir werden so bis, ich glaube, Belgien oder kurz vor Frankreich werden wir noch kommen. Da gibt es noch einen schönen Rastplatz. Den habe ich mir schon auserkoren. Vor allem ist der da auch bewacht. Brauche ich also keine Angst haben, dass ich morgen bei Marian anrufen muss oder bei der East North und sagen, die Plane ist aufgeschlitzt. Wobei ich auch nicht wüsste, was die mit Altverpackungen wollen. Ich denke mal, das wird ja sowieso auch ein bisschen komisch. Und dann keine Spiegel mehr zu haben. Zumindest keine, die außen angebaut sind. Ich denke mal, ich werde ja sowieso erstmal noch eine Einweisung kriegen, wie alles funktioniert. Aber bei dem Ding ist ja doch einiges neu. Das sind wir jetzt. Was soll das denn jetzt? Auf dem Schild steht gerade Eindhoven, da ist Marian ja unterwegs. Da bin ich ja schon ein bisschen neidisch, dass er sein direkt da abholt. Aber wie gesagt, kleine Brötchen backen. Er hätte auch sagen können, ne Kollege Schnürschuh, du wolltest das so, dann komm damit jetzt klar. Aber er ist ja auch nicht nur Chef, er ist ja auch mittlerweile ein sehr guter Freund geworden. Was jetzt aber nicht heißt, dass ich mir da trotzdem alles erlauben darf. So weit haben wir es jetzt auch nicht mehr bis zu unserem... Tagesziel. Dann haben wir auch schon den Großteil der Strecke dann geschafft. Und wir werden nicht mit dem Zug fahren, wir fahren mit der Fähre. Weil das bietet sich einfach mehr an, weil mit dem Zug hätten wir dann noch zu viel, wo wir erst noch über die Insel fahren müssten. Und so kommen wir mit der Fähre direkt in Dover an. Und dann ist es quasi nur kurz um die Ecke rum. Und dann haben wir da auch schon gleich unsere Abladestelle. Und ich glaube bis zur neuen Ladestelle ist es dann auch gar nicht mehr so weit. Hier rechts halten und dann rechts abbiegen. Biegen nach rechts ab. Ich muss bloß aufpassen, wenn wir Richtung Fähre fahren, weil nämlich in der einen Stelle scheint das Navi falsch programmiert zu sein. Da sagt es nämlich genau die falsche Richtung voraus. Ich glaube irgendwie sagt links halten, aber du musst rechts abbiegen. Das hatte ich noch vom anderen Fahrer mitbekommen, der hier oben ist. Und darum werde ich dann halt auch mal ein bisschen mehr dann auch wirklich mal aus Navi rauf gucken und nicht nur stumpf auf die Stimme vertrauen. Bitte rechts halten. Und dieses Autobahnkreuz hier, das ist auch. So eine Sache für sich, dauer ich mich auch schon das ein oder andere Mal verfahren. Aber heute geht ja alles gut bisher. Bitte links halten. Ich bin schwer begeistert. Tau. So. So. Tau. Wenn wir dann angehalten haben, werde ich Marianne eventuell auch nochmal Bescheid geben, wann ich ungefähr wieder zurück bin. Und ich denke mal, morgen, übermorgen, sollte ich eventuell gegen Mittag wieder da sein. Das sollte eigentlich machbar sein. Ich werde rechts. Und ich habe gerade hier alles schön eingeräumt und jetzt darf ich ihn schon wieder umräumen. Aber ich freue mich da ja auch drauf. Ich will gar nicht meckern. Also nicht, dass es irgendwie hier den Anschein macht. Nein, nein, ich bin sehr, sehr glücklich. Und vor allen Dingen freue ich mich auch auf den Luxus in dem neuen Gefährt. Da wird doch einiges anders sein als bei dem hier. Aber ich muss mir da echt mal was einfallen lassen, so als Dankeschön an die East North und auch an Marianne. Weil das war jetzt doch, ich habe den Bogen da doch ja schon ein bisschen überspannt, würde ich mal sagen. Ja, wie heißt es mal so schön, aus Fehlern lernt man. Und wie ich auch schon gesagt habe, da Marianne mich gut kennt, wusste er, was auf ihn zukommt. So, unsere Schichtzeit neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Der nächste Parkplatz wird somit unser sein. Und da vorne kommt er auch schon. Tanken brauchen wir nicht, wir haben noch genug Diesel. Stellen wir uns schön hier hin. Und dann ist FIFA Feierabend für heute. Und morgen geht es dann an dieser Stelle weiter. Ein kleines Stück vor können wir noch. Morgen geht es dann an dieser Stelle weiter. Und dann heißt es Insel willkommen. Ich würde mir jetzt noch mal ein bisschen was zu essen machen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.